Hier im Bereich Service plus Wissen geht es um Inspiration und wie der Name schon sagt um die Vermittlung von Fachwissen. Schnell, effizient und professionell aufbereitet von unseren Häfele Experten. Stichwort Häfele Akademie. Oder sie erfahren, wie sich durch den Einsatz neuer Technologien neue Chancen eröffnen. Motto fit für die Zukunft. Was genau dahinter steckt, erklärt Ihnen Herr Kohler. Danke, das übernehme ich gerne. Ich möchte Ihnen hier speziell die Lichtseminare unserer Häfele Akademie etwas näher vorstellen. Licht ist inzwischen nicht nur ein fester Bestandteil im Möbelbau. Licht im Möbel kann auch einen wichtigen Beitrag zur Raumatmosphäre leisten oder sogar integraler Bestandteil einer Raumsteuerung sein. Wie man Licht gewinnbringend einsetzt, installiert und vernetzt, das erfahren Sie in unseren Lichtseminaren. Diese sind gezielt auf die Bedürfnisse von Schreinern und Tischlern zugeschnitten und mit einem hohen Praxisanteil versehen. Geeignet sowohl für Einsteiger als auch für Profis, die noch einen Schritt weiterkommen wollen. Alle Informationen zur Häfele Akademie finden Sie auf unserer Website. Dankeschön. Musik Untertitelung des ZDF, 2020